Der ukrainische Präsident hat die NATO-Mitglieder aufgefordert, den Schutz der ukrainischen Atomanlagen zu gewährleisten. Am Wochenende gerät das Kernkraftwerk Saporeshia unter Beschuss, und die Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen warf Russland und der Ukraine vor, mit dem Feuer zu spielen. Ehemaliger militärischer Geheimdienst- und Sicherheitsoffizier Philipp Ingram wird uns mehr über die Lage vor Ort erzählen. Schön, dass Sie hier sind. Sprechen wir doch zunächst über Kernkraftwerke in der Ukraine. Wir haben schon viel über Saporeshia gehört. Wie sinnvoll wäre es für die NATO-Mitglieder, Orte wie Saporeshia zu schützen? Das wäre tatsächlich nicht besonders sinnvoll, denn wenn NATO-Truppen vor Ort eingesetzt werden, müssen sie sich selbst schützen. Wir wissen nicht, wer den Beschuss vorgenommen hat, ob es die Russen waren. Die Russen haben die Ukrainer beschuldigt, und das würde die NATO-Truppen sofort in einen direkten Konflikt mit dieser russischen militärischen Spezialoperation oder dem Ukraine-Krieg hineinziehen. Und das wäre der Beginn eines größeren europäischen Konflikts, wenn nicht sogar des Dritten Weltkriegs. Betrachten wir das Bild. Hierbei handelt es sich um russisches M-O-D-Filmmaterial. Die Russen behaupten, dass es die Angriffe der Ukrainer auf das Kernkraftwerk Saporeshia zeigt. Dies wurde noch nicht bestätigt. Das russische Verteidigungsministerium ist tatsächlich auch als Ministerium für Desinformation bekannt, wenn man dessen Äußerungen bedenkt. Die Ukrainer haben sich dazu noch nicht geäußert. Nachdem das Video veröffentlicht wurde, forderte Präsident Zelensky die NATO auf, das Gebiet um das Kernkraftwerk zu schützen. Ein derartiger Angriff der Ukrainer macht keinen Sinn. Die potenziellen Auswirkungen eines solchen Unglücks auf die Umwelt, insbesondere auf den Flüssen Dnieper, würden noch viele Jahre nach dem Ende dieses Konflikts spürbar sein. Es würde dazu passen, dass die Russen versuchen, einen Zwischenfall unter falscher Flagge herbeizuführen, um weiterhin nuklearen Druck auf die ukrainische Bevölkerung und auf ganz Europa auszuüben und den Energiekrieg, den sie innerhalb der Ukraine und mit Europa führen, fortzusetzen. Ohne Schutz durch NATO-Mitgliedsländer bleibt dies eine sehr besorgniserregende Situation. Sprechen wir über die Kämpfe im Donbass. Wie sieht es dort aktuell aus? Die Kämpfe gehen weiter. Die russischen Truppen haben sich aus Kherson zurückgezogen und haben den Ukrainern das Feld überlassen. Die Russen haben sich von dort aus neu formiert und sind nun in das Gebiet um Donetsk und Bachmut vorgerückt, wo die russischen Truppen seit einigen Wochen versuchen, Operationen und Angriffe durchzuführen. Es wurde nicht besonders viel erreicht. Russland versucht, das gesamte Gebiet Donetsk einzunehmen, damit Putin in irgendeiner Form Erfolg haben kann. Das wird wohl nicht passieren. Es wurden auch einige Truppen etwas weiter nach Norden verlegt, um einen möglichen ukrainischen Vorschluss zwischen Svatove und Krimina zu blockieren und einen Angriff auf die russischen Gebiete von Norden her zu verhindern. Diese Straße ist sehr wichtig, denn sie ist eine von mehreren Straßen oder Verkehrsverbindungen, die Russland mit dem Gebiet verbinden, in dem sich die russischen Truppen befinden. Der Weg wird benötigt, um Munition, Soldaten oder Ausrüstung zu transportieren. Und der britische Verteidigungsminister hat kürzlich erklärt, dass Russland unter einem erheblichen Mangel an Munition und qualifizierten Personal leidet. Das ist eine sehr deutliche Aussage. Und wenn Russland die Munition in der Tat ausgeht, gibt es den Ukrainern noch mehr Ansporn, die Dynamik, die sie bereits haben, beizubehalten. Es war schon länger nicht mehr Thema, aber im Moment wird wieder über Friedensgespräche gesprochen. Das war zu Beginn des Krieges ein wirklich schwieriges Unterfangen. Es wird angenommen, dass auch Gespräche im Hintergrund durchgeführt werden, wie zum Beispiel in der Türkei. Wie sieht es aktuell damit aus? Es wird immer Gespräche im Hintergrund geben. Dieser Konflikt wird nur durch Diplomatie beendet werden können. Aber Präsident Zelensky, die Ukrainer, haben im Moment die Oberhand. Die Bedingungen werden von ihnen festgelegt. Und die einzige akzeptable Friedenslösung für die Ukrainer wird die Wiederherstellung der internationalen Grenzen von vor 2014 sein. Russland wird nicht so weit zurückgehen wollen. Man wird also eine Zeit lang auf Frieden drängen, um einen Waffenstillstand zu erreichen, die Lage zu stabilisieren und ihre Streitkräfte wieder aufzurüsten. Präsident Zelensky hingegen muss weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft diplomatisch verhandeln. Das war Philipp Ingram mit einer Analyse der aktuellen Lage in der Ukraine. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.